Hey Leute, ganz herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Mein Name ist Alexandra Ewang und ich arbeite als Pferdemensch-Fotografin. Ja und wie einige von euch wissen, habe ich auch einen Instagram-Account, der heißt alex-lovesnelly, dort seht ihr auch viele Behind-the-Scene-Fotos und ich nehme euch immer wieder mit zu den Touren, wir sind dort auch in der Story zum Beispiel super aktiv und da gibt es auch einen anderen Account, der nennt sich einfach alexandraewang-fotografie, wenn ihr da mal vorbeischauen wollt, macht das super gerne. Auf jeden Fall gibt es seit einiger Zeit auch ein Hashtag und dieser Hashtag heißt einfach hashtag alexandraewang-fotografie-follower und dort sind sage und schreibe schon um die 20.000 Beiträge. Richtig, richtig krass. Beiträge heißt einfach Fotos von euch, also von anderen Fotografen, die mir folgen, die mir bzw. uns ihre Fotos zeigen wollen und das schauen wir natürlich auch immer wieder rein. Das heißt, wir gucken da rein, gucken uns eure Arbeiten an und schreiben auch ganz oft Kommentare dazu. Also wenn ihr da Lust habt, uns eure Pferdebilder zu zeigen, dann markiert einfach eure Fotos unter diesem Hashtag. So und in diesem YouTube-Video, da habe ich eigentlich schon vor einem Monat oder sogar noch ein bisschen länger zu aufgerufen, wollte ich auch einfach nochmal in diesem YouTube-Video eure Bilder angucken und mit euch besprechen. Jetzt ist es ja so, dass ihr wisst, dass die Nelly gestorben ist und irgendwie ist dann einfach so was Emotionales und Wichtiges dazwischen gekommen, dass ich einfach jetzt im Moment gar keine Kraft für dieses Video habe. Aber jetzt gerade heute Sonntag, wir werden mal ganz lange mit Micky spazieren, unsere anderen Hündin, habe ich einfach total Lust gehabt, das jetzt einfach mal für euch zu drehen. Das heißt, ich gehe jetzt rüber an meinen Rechner und werde einfach mal unter dem Hashtag schauen und euch dann gleich im Folgenden etwas zu euren Bildern erzählen. Also es gibt viele schöne Pferdebilder zu sehen, bleibt auf jeden Fall dran. Jetzt geht's los, ganz viel Spaß mit diesem Video. So ihr Lieben, ich sitze bei uns. Aber rein an meinem Arbeitsplatz los geht's. Was ihr hier jetzt gerade geöffnet seht, das ist mein privater Account, Alex-Love-Nelly. Privat einfach nur, weil ihr eben auch immer mal wieder private Bilder von mir seht. Also so richtig privat sind sie jetzt auch nicht, aber eben auch mal Bilder hinter den Kulissen, Bilder von Marco und mir, Bilder von den Hunden. Also auch immer mal wieder Einblicke auch in unsere Shootings. Ich hatte ja schon gesagt, wir nehmen mich auch in der Story super viel mit. Aber ihr seht hier auch natürlich immer mal wieder Ergebnisse aus Fotoshootings. Das heißt, es ist ein ganz bunt gemischter und eben auch sehr, sehr persönlicher Account, wo ich euch viel mitnehme, viel erzähle und mit dem ich einfach total viel Freude habe. Denn mir macht das wirklich richtig viel Spaß, den zu führen. Mittlerweile sind es auch schon 75,5.000 Abonnenten. Wie krass ist das denn? Also mega, mega viel. Freut mich total, dass da so viele Interesse dran haben, uns zu folgen. Und wenn wir schon beim Thema uns folgen sind, kommen wir sofort mal auf den Hashtag. Denn da bin ich wirklich mega stolz drauf. Dieser Hashtag, Alexandra-Evang-Fotografie-Follower, ja, ich weiß, er ist relativ lang, hat mittlerweile schon 20.326 Beiträge. Richtig, richtig krass. Um das vielleicht noch einmal zu erklären, hier kann jeder wirklich sein Pferdemensch oder Pferdebild hochladen. Also dafür sehr wirklich gedacht. Wir schauen da immer wieder rein. Und das wird, wie gesagt, auch sehr fleißig und sehr, sehr toll angenommen. Genau, das ist jetzt das erste Video dieser Art. Ich hoffe einfach, dass es euch Spaß macht und dass ihr Freude dabei habt beim Zuschauen. Und mir geht es jetzt nicht darum, immer nur zu sagen, oh, das Bild ist total süß und das Bild ist total schön, denn das sind sie ja quasi alle, sondern auch vielleicht einfach so ein paar Kritikpunkte mit einfließen zu lassen. Kritik, einfach wirklich konstruktive Kritik. Mir geht es jetzt nicht darum, zu sagen, dass irgendwas total scheiße ist oder so. Gottes Willen, Bilder sind, das wisst ihr selber ja auch immer, eine totale Geschmackssache. Aber ich möchte das jetzt einfach nutzen, euch so ein paar Tipps mit auf den Weg zu geben. Eben für denjenigen, der das Foto fotografiert hat, aber auch für die Leute, die jetzt dieses Video schauen. Denn mir bringt es unheimlich viel, sowas anzuschauen und wirklich auch Bilder bewerten zu lernen. Wir haben das im Studium und auch in der Ausbildung immer ganz, ganz viel machen müssen. Und ich muss wirklich sagen, dass ich finde, dass das einfach mega hilfreich ist. Genau, und das möchte ich jetzt einfach anhand eurer Bilder in diesem Video mit euch machen. Wie gesagt, ich hoffe, ihr habt ganz viel Freude dabei. Und ihr lernt natürlich auch hoffentlich einiges. Also, ihr Lieben, ich will jetzt aufzureden, zumindest zu diesem Thema. Los geht's mit euren Bildern. Ja, fangen wir doch vielleicht einfach mal mit diesem Bild an. Ganz kurz vorneweg, ich habe mir jetzt gar nicht irgendwie vorher Bilder rausgesucht, die ich nehmen möchte, sondern ich scrolle hier einfach durch und suche mir dann einfach Bilder aus, die mir so gerade ins Auge fallen und zu denen ich denke, zu denen ich euch ein bisschen was sagen kann. So, dieses Bild ist von der Jadl fotografiert. Jadl kenne ich auch persönlich. Und ich finde es mega süß. Mir gefällt es total gut. Jetzt habe ich schon direkt, ich finde es total süß gesagt, aber ich finde es wirklich sehr süß. Ich sage euch jetzt auch, warum ich es sehr süß finde. Mir gefällt es total gut, wie das Mädel ihr Pony umarmt, wie ihre Prinzessin Lola umarmt. Ich finde, es ist ein sehr, sehr inniger Moment. Es ist ein Moment voller Liebe. Sie strahlt total schön. Ich finde, das Kleid ist total toll. Sie sind Blumenkranz abgestimmt, also die Farbwelten stimmen. Es harmoniert gut miteinander. Ich mag sehr, sehr gerne den Vordergrund hier. Also durch das unscharfe Gras bekommt das Bild eben nochmal eine Tiefe. Das heißt, es entsteht hier ein Bildaufbau, der auf mehreren Ebenen aufgebaut ist. Ich finde hier diese lila Blumen auch total schön. Wäre sogar auch cool gewesen, wenn hier noch ein bisschen lila Blumen wären. Aber gut, da sind sie wahrscheinlich in diesem Moment einfach nicht gewachsen. Ansonsten finde ich, wie gesagt, das Bild einfach richtig, richtig süß. Also liebe Jadl und liebe Vivi, ein sehr, sehr schönes Bild. Und einfach total innig und voller Liebe. So, kommen wir zum nächsten Foto. Ach, übrigens, ganz kurz vielleicht noch zur Erklärung. Hier oben seht ihr einmal beliebteste Beiträge. Das heißt, diese Bilder sind quasi die beliebtesten. Und hier kommen wir dann zu neuesten Beiträgen. Also das sind die neuesten Bilder, die unter diesem Hashtag hochgeladen worden sind. Und wenn ich hier jetzt einfach mal kurz durchscrolle, seht ihr, wie viele Pferdebilder hier sind. Wahnsinn. Okay, also hier gibt es einiges zu gucken. Ich glaube, das könnten sogar mehrere YouTube-Videos werden, wenn wir da alle angucken wollen würden. Aber wir fangen jetzt einfach mal hier oben an. Und zwar sticht mir jetzt dieses Bild hier gerade noch in diesem Moment total ins Auge. Ein Bild von Annegret unter Strich Hübner. Punktfotografie. Wir kennen uns noch nicht persönlich, liebe Annegret. Aber ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Bild. Was mir sehr gut gefällt, ist, dass die Farbwelten toll aufeinander abgestimmt sind. Und das heißt hier, das Outfit von den Mädeln mit ihren Engelsflügeln passt total gut zu den Friesen. Das heißt, hier hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht über das Outfit und was man anziehen kann. Der Himmel ist sehr blau. Das passt ganz gut zur düsteren Stimmung. Ich finde, er ist fast schon zu blau. Ich weiß nicht, ob er nachträglich so nachgearbeitet wurde. Also ich finde es auf der einen Seite ganz cool, weil es ganz gut passt. Aber ich finde, mein Blick doch direkt, also wenn ich das Bild anschaue, blicke ich doch immer arg wieder in dieses Blaue. Das heißt, mein Blick fällt immer so ein bisschen raus und schaut hier eben auf die krasseste Farbe. Das hätte ich vielleicht gar nicht so blau gemacht. Ich weiß auch nicht, ob hier so ein bisschen drüber gemalt wurde oder ob der Baum einfach generell so die Farbe hat. Das kann auch sein, dass wir jetzt einfach mal so im Raum stehen, das weiß ich nicht. Vielleicht war der Himmel auch so krass blau. Ich hätte vielleicht die Sättigung da einfach so ein bisschen rausgenommen, weil es mich persönlich beim Angucken so ein bisschen ablenkt. Und dann vielleicht noch als zweiten Tipp, das hatten wir eben beim Bild mit Jadel zum Beispiel. Ihr Bild war so schön in Vordergrund und Hintergrund und Mitte eingebaut. Und hier fehlt mir so ein bisschen der Vordergrund. Wenn du dich jetzt beim Fotografieren hättest auf den kalten, wahrscheinlich war es ein kalter Boden, hingelegt, hättest du hier so ein bisschen Unschärfe von der Wiese gehabt. Das muss man nicht immer machen. Was ich nämlich ganz cool finde, ist, dass man hier den Weg im Hintergrund hat. Aber vielleicht einfach mal als Idee. Vielleicht hast du da noch einige Bilder, wo du gelegen hast. Das wäre auf jeden Fall auch nochmal spannend gewesen, weil das Auge dann nicht direkt zack auf die beiden gegangen wäre, sondern man hätte so ein bisschen wie so eine kleine Wand gehabt und wäre mit dem Blick nicht immer direkt hier unten rausgefallen, sondern hätte einfach noch so ein bisschen Spannung erzeugen können. Des Weiteren ist es auch einfach so, wenn man ein Pferd fotografiert, dass die Beine und auch das ganze Pferd einfach so ein bisschen größer und erhabener gewirkt hätte, wenn man eben weiter von unten fotografiert. Das wäre so eine Idee gewesen, was mir hier ganz gut gefallen hätte. Was ich aber ganz gerne zum Beispiel auch mag, sehe ich jetzt hier gerade nochmal, dass die Mähne so schön fliegt. Das heißt, es war wahrscheinlich eh sehr windig und sehr kühl an dem Tag. Ich mag die Handhaltung hier total gerne, dass es einfach so ganz, ganz leicht zum Pferd hin ist. Die Zügel hängen schön locker durch. Das gefällt mir sehr gut. Genau. Das ist einfach einmal zu diesem Bild. Schöne Arbeit. Ja, kommen wir zum nächsten Foto. Ich muss mal gucken, welche sich nehmen. Ich nehme vielleicht jetzt einmal direkt das hier. Das ist von Michelle Decker. Michelle kenne ich auch zufällig. Persönlich, sie war in einem von meinen Workshops. Hey, liebe Michelle, falls du hier gerade zuschaust. Ich finde, das ist ein sehr schönes Bild. Was ich sehr, sehr gerne mag, sind diese kräftigen Herbstfarben. Ich finde, dass sie total gut ist. Das passt schön zum Pferd. Was mich persönlich so ein bisschen stört, das weißt du dann vielleicht auch noch aus meinen Workshops, ist, dass hier so ein totales Chaos mit den Zügeln ist. Ich glaube, mir persönlich hätte es was besser gefallen, wenn die Zügel über den Hals gelegen hätten oder so ein bisschen geordneter wären. Aber das ist auch so meine total persönliche Geschmackssache. Das ist immer was, was mich persönlich halt einfach so ein bisschen stört, wenn die Zügel so unordentlich sind. Und das hätte mir in dem Fall besser gefallen. Was mir aber sehr gut gefällt, ist, dass das Mädel, was übrigens sehr, sehr süß ist, auch sie hat auch Geburtstag, alles Liebe nachträglich, liebe Tamara, dass sie einfach so vertrauensvoll an ihr Pferd ist und dass die beiden einfach schön eine Einheit hier in diesem Bild bilden und dass die Bäume eben das Ganze eben schön einrauben. Genau, das gefällt mir sehr gut. So, ich komme mal hier weiter runter. Ich schaue mir, das finde ich hier gerade super interessant, ich schaue mir mal das Vor- und Nachher-Foto an von Sophia. Sophia kenne ich auch, sie war auch schon in einem von meinen Workshops. Oh Gott, nicht, dass ihr denkt, hier war jetzt jeder von den Leuten, die hier was posten in meinen Workshops. Nein, man kann auch so Bilder da posten, aber Sophia war eben auch in einem von meinen Workshops und ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Arbeit. Richtig cool bearbeitet, hast du gut gemacht, gefällt mir gut. Ja, ich glaube, da brauche ich gar nicht so viel zu sagen. Ich finde, es ist auch generell schon schön fotografiert. Ich finde es schön, dass man hier den Hals einfach total schön sieht. Die Ohren sind gespitzt. Der Bild, der Blick vom Pferd geht aus dem Bild eben raus, aber man hat hier auch noch viel Platz. Also das finde ich sehr, sehr schön, dass man eben nicht direkt den Blick, also wenn es andersrum wäre, hier eben direkt vor die Wand quasi ist, sondern dass der Blick in die Ferne schweibt. Das finde ich sehr schön. Was ich auch total interessant finde, ist, dass ihr anscheinend an einer erhöhteren Position fotografiert habt. Das heißt, dass man hier den Hintergrund vom Tal total schön sieht und es scheint eine Abendlicht- oder Morgenlicht-Situation gewesen zu sein. Genau, hier sieht man nämlich einfach schön die Sonne im Hintergrund. Finde ich sehr cool. Gefällt mir gut. Du hättest beim Fotografieren auch direkt quasi den Bildausschnitt so wählen können, wie er hier eben ist. Also einfach ein Stück voran. Das vielleicht so als Mini-Kritik, aber das ist ja mal auf hohem Niveau, dass man hätte gar nicht einen Ausschnitt machen müssen, sondern einfach eben, wie gesagt, direkt von vornherein ein bisschen näher rangehen beim Fotografieren. Ja, das Bild finde ich übrigens auch total schön. Ach, hier sind so viele schöne Bilder. Das ist zum Beispiel auch in einem von meinen Workshops entstanden. Ja, aber wie gesagt, ich versuche mich ein wenig kurz zu halten, damit ich gar nicht unbedingt auf jedes Bild eingehe. Zu dem hier vielleicht, das finde ich, ist ein superschönes Detail. Ich muss sagen, dass ich Detailaufnahmen eh wahnsinnig gerne mag. Auch gerade im Moment gefällt mir das unheimlich gut. Ich habe das jetzt im Moment nochmal so ein kleines Faible für entdeckt, quasi für Details eigentlich eh schon immer. Aber im Moment fotografiere ich das durch unser Videoprojekt tatsächlich auch nochmal viel, viel mehr. Was ich hier total schön finde, ist einfach, wie der Qualm hier überall ist. Man sieht, es war ein total kalter Tag. Das fährt jetzt wahrscheinlich ausgeatmet. Was mich so ein bisschen stört, ach Gott, von Conny ist das sie. Sind hier unten die Linien vom Elektrozaun. Da hätte ich vielleicht tatsächlich einen Bildausschnitt gewählt, der so ein bisschen enger ist. Und hier dieser blaue Streifen würde mich persönlich jetzt so ein bisschen stören. Dann ist die Frage, ob man den hätte wegbearbeiten sollen. Das ist wahrscheinlich einfach das Dach, was so aussieht. Das wäre so ein bisschen harmonischer gewesen, wenn es eben ein ruhigerer Hintergrund gewesen wäre. Aber trotzdem finde ich, es ist ein sehr, sehr schönes Detail. Vielleicht einfach den Ausschnitt hier in dem Fall noch ein bisschen enger wählen. Ja, ihr seht, zwischendurch sind hier auch mal Hunde zu sehen. Aber hauptsächlich ist es eben, wie gesagt, dafür da, um wirklich Pferde-Mensch-Milder zu zeigen. Das ist übrigens auch in einem von meinen Workshops entstanden, mag ich total gerne tolles Foto, liebe Annika. Das finde ich gerade auch noch total süß. Das muss ich auch mal aufmachen. Super süßes Pony und tolles Mädel obendrauf. Und auch ein richtig schönes Kleid. Das heißt, ihr habt euch hier wirklich überlegt, was ihr fotografieren wollt. Habt wahrscheinlich auch drüber nachgedacht mit dem Kleid, euch Gedanken über das Styling gemacht. Ich finde, das Pony guckt super süß mit seinen kleinen Öhrchen und den super süßen Beinen. Vielleicht als kleine Kritik auch ein bisschen weiter von unten fotografieren. Also noch mehr Vordergrund ins Bild bringen. Das heißt, dass man hier vielleicht noch mehr Unschärfe im Bild mit drin sieht. Und vielleicht auch hier aus einer ein bisschen niedrigeren Position fotografieren eben, damit hier auch ein schöner Vordergrund entsteht. Ansonsten finde ich es von der Farbgestaltung super schön. Ich finde, das Kleid passt einfach gut zu dieser kühlen Stimmung, die man eben im Winter hat. Ich finde, das Mädel guckt total süß auf ihr Pony runter. Also an sich ein sehr schönes Bild, liebe Selina. So, das sticht mir hier gerade auch noch ins Auge. Das finde ich auch sehr, sehr süß. Ich finde, es ist ein ganz toller Moment und einfach auch, was es für ein mega Vertrauen ist. Ich weiß nicht, ob hier noch ein Halsring dran war oder ob hier sogar ursprünglich sogar mal ein Halfter war. Aber einfach so ein Moment total voller Vertrauen. Was mich persönlich so ein bisschen stört, ist, dass man hier zum Beispiel den Baum so im Hintergrund sieht. Also, dass der Baum quasi aus dem Kopf vom Pferd rauswächst und dass der Hintergrund generell sehr, sehr unruhig ist. Das heißt, wenn ihr so Bilder macht, dann achtet doch vielleicht auch beim Fotografieren, dass ihr nicht so viele störende Elemente im Hintergrund und auch im Vordergrund habt. Das heißt, man hätte vielleicht auch ein bisschen weiter von unten fotografieren können, vielleicht hier die ein oder andere Wurzel sogar wegräumen oder mit ins Bild als Komposition einbauen und dann eben vielleicht ein bisschen weiter von hier fotografieren, dass der Baum eben gar nicht aus dem Kopf vom Pferd rauskommt, sondern hier eher an der Seite ist. Das würde mich jetzt sehr stören. Und ich weiß nicht, ob du hier Lensflares eingearbeitet hast. Das sieht mir so ein bisschen so aus, weil hier ist so eine Lichtquelle, die kann eigentlich gar nicht so da sein. Und hier sieht man auch, dass es an der Stelle total erhellt ist und an den anderen Stellen ein bisschen dunkler. Das gefällt mir jetzt von der Bearbeitungstechnik dann nicht sehr gut beziehungsweise so gut, aber das ist auch immer total Geschmackssache. Ansonsten finde ich, es ist ein schöner Moment und mit schönen Farben. Also die Farben harmonieren alle gut. Ich mag Herbst eh total gerne. Und der Moment ist einfach so voller Entspannung. Ich lese hier auch gerade mal was im Text steht nebenbei. Good Morning in the Morning, da es im Februar doch ziemlich ruhig hier ist, weil ich privat unheimlich viel unterwegs bin. Kann sie wenig Bilder zeigen. Am März geht es dann weiter. Und dann hat sie ihr Coaching bei Annika. Ja, sehr schön. Da wünsche ich dir ganz viel Spaß auf jeden Fall bei. Und wie gesagt, vielleicht kannst du ja auch mit meiner Kritik zu dem Bild schon mal ein bisschen was anfangen, liebe Ann-Christine. So, weiter geht es. Seht ihr, hier sind sogar Vögel. Und hier ist noch eine Detailaufnahme. Die finde ich auch richtig schön. Von Julia.n.fotografie. Gefällt mir sehr, sehr gut. Auf meinem Bildschirm aber, das kann jetzt auch gerade täuschen. Ich habe ihn nämlich jetzt gerade auf sehr hell eingestellt. Sieht sich hier so ein bisschen zu hell fast aus. Also könnte ein bisschen dunkler sein. Einfach nur von der Nachbearbeitung quasi. Ansonsten finde ich, ist das ein wunderschönes Bild. Ich hatte ja eben schon mal gesagt, ich mag Detailbilder unheimlich gerne. Und wie gesagt, ich habe meinen Bildschirm gerade richtig hell eingestellt. Das kann auch in diesem Moment täuschen, dass es bei mir so ein bisschen ausgebrannt aussieht. So, kommen wir jetzt zu den nächsten Bildern. Oh Gott, es ist immer so schwierig zu entscheiden, welche Bilder man hier so nimmt. Hier haben wir jetzt nochmal eine krasse Vorher-Nachher-Bearbeitung. Das sieht auch richtig gut aus. Schauen wir mal von der Lea. Lea habe ich sogar auch mal fotografiert. Das hat sie im Workshop von Carina fotografiert. Vorher-Nachher-Foto. Das ist natürlich mega gelungen. Sieht richtig gut aus, finde ich. Sie hat aus dem grünen Wald einen Herbstwald gemacht. Ich mag das Grün tatsächlich auch ganz gerne, aber das Herbst passt natürlich schön zur Farbe vom Pferd. Hat ihr das halb der wegretuschierten, engeren Bildausschnitt gewählt. Ich finde, das ist ein sehr, sehr gelungenes Foto. Mir hat das sogar auch so ganz gefallen. Ich finde, du hättest gar nicht unbedingt einen engeren Ausschnitt wählen müssen. Aber es ist natürlich ein cooles Bild. Also gefällt mir sehr gut, Lea. Hast du gut gemacht. So, ein Zauberlichtfoto. Okay, das müssen wir jetzt angucken. Das ist von Joana. Schulisch-Fotografie. Ja, sie kenne ich. Sie war bei mir im Foto Girls Day. Und sie hat hier dieses Foto gemacht. Das finde ich richtig süß. Ich mag dieses Licht ja eh unheimlich gerne. Ich nenne es ja mal Zauberlicht, wie vielleicht einige von euch schon wissen. Ich finde die Farben total schön. Ich finde das Mädelacht super süß. Es sieht total glücklich aus. Ich finde das Pony sehr schön. Mir gefällt es rundum wirklich total gut. Ich finde, es ist ein tolles Bild. Für meinen Geschmack könnte es einen Ticken dunkler sein. Aber das ist ja auch immer, wie gesagt, so eine Geschmackssache. Und ich hatte eben schon mal gesagt, mein Bildschirm ist in diesem Moment auch ganz, ganz hell eingestellt. Vielleicht liegt es auch einfach in diesem Moment dann da dran. Genau, hier sieht es Joana hat sie direkt als erstes den Hashtag verwendet. Also macht das auf jeden Fall auch mal, wenn ihr wollt, dass wir auch mal in eure Bilder reinschauen. Das hier sticht mir jetzt gerade noch ins Auge. Ein Schwarz-Weiß-Foto von der Lilly. Ja, Lilly kenne ich auch tatsächlich persönlich. Auch sie war in einem von meiner Workshops. Und ich, was ich total schön finde, ist hier eben die Komposition. Also ich finde das Mädel hin zu ihrem Pferd super schön. Die beiden gucken in eine Richtung. Die sind auf einer Harmonielinie, so nenne ich das immer. Also auf der gleichen Harmonielinie ist es im Gegenlicht fotografiert. Beziehungsweise es ist leichtes Gegenlicht. Also das Licht, die Sonne kommt von hier. Das sieht man hier vorne an den Streifen, an der Brust. Oder auch von hier hinten. Also von hier hinten kommt ungefähr die Sonne. Das heißt, es ist ein leichtes Gegenlicht-Foto. Aber kein direktes Gegenlicht. Also es ist nicht direkt in der Sonne rein fotografiert, sondern eben nur ein leichtes Gegenlicht. Weil man eben auch noch hier härtere Schatten mit im Bild drin hat. Ich finde die Umsetzung in Schwarz-Weiß total schön. Ich finde, es wirkt total gut. Ich überlege, ob ich das hätte vielleicht sogar ein bisschen mehr von hier fotografiert. Also ihr müsst euch das jetzt so vorstellen, dass die beiden sich so minimal drehen. Dass hier vielleicht der Po ein bisschen weniger hoch steht. Aber das ist so wirklich Kritik auf hohem Niveau. Mir gefällt die Zügelhaltung hier ganz gut, weil es eben nicht so ein totales Zügelchaos ist. Also sie sind ordentlich gelegt. Das ist immer was, auf das ich persönlich gerne achte. Ich finde, das ist ein tolles Bild, liebe Lilly. Hast du richtig schön gemacht. Mir gefällt die Bearbeitung, wie gesagt, mit dem Schwarz-Weißen aus sehr gut. Die beiden gucken total toll. Und ja, gefällt mir sehr gut. Schönes Bild. Das hier spricht mich jetzt gerade noch total an. Silvers Production Fotografie. Sie hat hier einmal die Fjordstute Jerma, oder Jerma, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Oh Gott, nicht, dass es jetzt hier peinlich wird, fotografiert. Und was ich hier total gerne mag, ist, dass die Farbwelt einfach total gut zusammenpasst. Das heißt, das Fjordpferd passt hier super gut zu dem Wald. Ja gut, es ist im Moment ein bisschen zottelig, aber das liegt wahrscheinlich, also zumindest hier im Bauch noch ein bisschen dreckig, das liegt im Moment einfach an dem Wetter. Da kann man manchmal gar nichts dran ändern. Ich finde, es ist trotzdem ein super, super schönes Bild. Und mich stört das halt eben auch gar nicht. Ich meine, vielleicht ist es auch ein Offenstallpferd. Was weiß ich. Oder es hat ein glückliches Leben. Ich lade auch solche Bilder hoch, wo das Pferd eben da nicht total perfekt aussieht. Das finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Man hätte vielleicht hier das eine Haar, was so arg raussteht, noch wegretuschieren können, wenn man gewollt hätte. Das wäre vielleicht so eine Sache. Ansonsten gefällt mir das vom Bildaufbau auch sehr, sehr gut. Ich finde, man sieht den Hals toll. Das Auge sieht super wach aus. Die Ohren sind schön gespitzt. Und es ist generell ein mega süßes Pferd. Also es ist wirklich ein schönes Foto. Hier gibt es auch noch ein zweites Einzeländer. Auch mega süß. Anscheinend schon ein bisschen älter. Finde ich auch sehr, sehr schön. Denn mir persönlich gefällt hier das Bild so von der Gesamtposition tatsächlich sogar besser. Ich finde, hier sieht man das ganze Pferd. Mir gefällt das von der Haltung vom Pferd ein bisschen besser als jetzt hier in dem Fall. Aber auch das ist super süß. Die Augen sind schön auf und wach. Der Blick, der Hals ist rund. Und das Mäulchen sieht auch süß und zufrieden aus. Gefallen mir beide sehr gut. Das hier wäre jetzt tatsächlich mein Favorit von den beiden Bildern. Hier haben wir noch ein Bild. Und das sind Maya und Rasul. Die beiden habe ich auch schon mal fotografiert. Und ich finde es übrigens total genial, wie hier Rasul aussieht. So total mega Brust und total stark. Maya lehnt sich hier nach vorne. Denn das ist so eine Pose, die ist oft gar nicht so einfach. Zumindest, wenn man mit einer offenen Blende fotografiert. Offene Blende heißt einfach, dass man einen schönen, unscharfen Hintergrund zum Beispiel hat. Also, dass man ein unschärferes Bokeh hat. Also nicht so viel Schärfe im Bild. Tiefen Unschärfe sozusagen. Und das ist dann eben manchmal gar nicht so einfach, dass man mit der Schärfe hinkommt, dass beide scharf sind. Und das ist natürlich jetzt in so einer kleinen Auflösung ganz schwer zu sagen, ob beide scharf sind. Aber vielleicht hat sie auch ein bisschen abgeblendet. Eben, dass sie beiden mehr auf einer schärfen Ebene sind. Beziehungsweise, oh Gott, jetzt rede ich hier seit 19 Minuten durch. Jetzt werde ich langsam gaga im Kopf. Dass eben beide ein bisschen von der Schärfe abbekommen haben. Heißt, sie hat vielleicht abgeblendet. Vielleicht in Blende 4 oder Blende 5,6 fotografiert. Was ich hier total gerne mag, ist, dass Majas Haare eben noch so schön fliegen. Ich finde ihr Outfit schön. Ich hätte es vielleicht sogar persönlich noch ohne Schall schöner gefunden. Ich finde, das lenkt so ein bisschen ab mit den Sternen. Aber auch das ist natürlich eine mega Geschmackssache. An sich finde ich, dass Rasul hier einfach total mächtig und super stark aussieht. Und ich mag den Moment zwischen den beiden sehr, sehr gerne. Liebe Madeleine, das ist ein tolles Bild, was du da gemacht hast. Hast. Oh Gott, ich glaube, ich muss das Video gleich langsam mal beenden. Ich suche mir mal vielleicht noch ein Foto raus. Und dann beende ich das Ganze. Und dann könnt ihr uns, wie gesagt, unbedingt mal ins Kommentar schreiben, ob ihr mehr von diesen Videos sehen wollt. Mir springt jetzt das Bild hier noch total ins Auge. Das finde ich super, super schön. Ich finde, dass die Umgebung richtig gut zum Pferd passt. Was hat auch noch übrigens von der gleichen Fotografin oder Fotograf. Ich glaube, es ist wahrscheinlich eine Fotografin. Ich finde, die Umgebung passt richtig gut zum Pferd. Ich hatte ja auch super Glück mit dem Schnee. Ich hatte dieses Jahr noch nicht so ein richtiges Schneeshooting, muss ich dazu sagen. Ich finde, das passt alles gut zusammen. Auch hier hätte mir vielleicht eine Position weiter von unten. Also, dass du in dem Fall als Fotografin weiter von unten fotografiert hättest, dann wäre das Ganze noch ein bisschen dramatischer gewesen. Und ich hätte den Bildausschnitt vielleicht so gemacht, dass hier unten gar nicht so viel weiß ist. Das hätte man noch so ein bisschen schneiden können oder eben direkt anders fotografieren. Ja, aber ansonsten von der Bearbeitung, von der Farbgebung, von der Phase vom Pferd gefällt es mir sehr, sehr gut. Eigentlich kann ich gar nicht mehr aufhören, weil hier sind so, so, so viele schöne Bilder. Ich scroll einfach mal so durch, dann könnt ihr einfach noch mal ein bisschen mit mir mitgucken. Übrigens würde ich mich total freuen, wenn ihr den Hashtag wirklich gar nicht für solche Bilder benutzt. Also nutzt den, also sowas gar nicht unbedingt darunter zeigen, denn das soll wirklich ein Hashtag für eure Pferde- und Pferdemensch-Fotos sein. Also gar nicht für irgendwie irgendwelche Detailaufnahmen von, keine Ahnung, von einem Apfel oder was weiß ich was, sondern wirklich von euren Pferdemensch-Fotos. Das wäre mir vielleicht noch wichtig zu sagen, also nicht jetzt einfach alles unter diesen Hashtag vollknallen, denn es macht auch für andere Leute super viel Spaß, darin rumzuscrollen, auch wenn man einfach mal Inspiration sucht, schöne Pferdebilder, kann man unter diesem Hashtag gucken und das wäre schade, wenn der in Anführungszeichen jetzt so zugemüllt wird. Nicht, dass diese Bilder Müll sind, um Gottes Willen, bitte nicht böse verstehen, aber bitte wirklich jetzt nicht alles unter diesem Hashtag hochladen, sondern wirklich auch Pferdemensch-Bilder beschränken. Mir springt hier dieses Bild gerade ins Auge, das finde ich auch super schön. Wieder ein Bild von Sophia, sie hatten wir eben auch schon mal. Richtig schön, ich finde die Haare liegen hier ganz toll von den Mädeln, die Schneeflocken sind super schön, das ist ein ganz inniger Moment. Ich mag diese Detailaufnahmen ja eh, ich habe sie jetzt schon mehrfach erwähnt, wahnsinnig gerne. Gefällt mir richtig, richtig gut, das ist auch toll. Hier sind so viele schöne Bilder, hier eins total im Zauberlicht. Das ist auch richtig cool. Ja, ich kann mich hier jetzt noch stundenlang mit aufhalten, aber ich möchte das YouTube-Video jetzt, sind wir schon auf einer halben Stunde, jetzt auch beenden. Ich glaube, sonst guckt es keiner mir bis zum Schluss an. Wie gesagt, wenn ihr nochmal Lust auf so ein neues Video habt und sagt, boah, das war jetzt cool, bitte, bitte besprechen noch weitere Bilder mit uns. Vielleicht ist euch auch was gebracht und ich konnte euch helfen und ihr habt was von mir gelernt, das würde mich unheimlich freuen, dann schreibt das auch gerne ins Kommentar und vielleicht sehen wir uns hier auch mal auf einer von meiner Workshops oder Coachings. Schreibt uns einfach eine E-Mail, unser Workshop-Angebot findet ihr auf meiner Homepage www.alexandraewang.de und dann unter dem Blog, da findet ihr die Workshops für Coachings, auch einfach eine Mail schreiben. Ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen tollen Restsonntag und sende euch alles Liebe und hoffe, ihr hattet ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dem Video. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal, eure Alex. We were young and we were free and running Never bothered about what could be coming Every day we danced and life was smiling We were young and drunk in love